Servus zusammen, heute möchte ich ein kleines Spiel vorstellen, welches ich letztens bei Steam in den Neuerscheinungen gesehen habe. Es kostet aktuell, glaube ich, so um die 13 Euro, ist nicht wirklich teuer, ist aber auch nicht wirklich groß, aber es macht Unmengen Spaß, weil man als Gans spielt. Also ihr seht schon an dem Titel des Spiels, ein Untitled Goose Game, es handelt sich einfach um ein Spiel ähnlich wie dem Ziegensimulator, das man als Gans in dem Spiel umherstreift und einige Aufgaben zu bewältigen hat. Man kann schnattern, man kann alles mögliche machen mit einem Schnabel, man kann sich ducken, man kann rennen, also alles, was so eine Gans eigentlich kann. Und man hat so eine kleine Aufgabenliste im Hintergrund, welche denn die Gans vor einige Rätsel stellt. Wie schon gesagt, das Spiel ist nicht wirklich groß, ich glaube, es hat nur fünf Level, also das Hauptspiel hat nur fünf Level. Vielleicht kommen ja irgendwann Add-ons dazu und man muss sich natürlich selbst überlegen, ob 13 Euro für fünf Level jetzt viel oder wenig ist. Ich für meinen Teil finde es total witzig, ich fand auch den Go-Simulator total witzig, aber von der grafischen Oberfläche ist es natürlich jetzt nicht ganz so spektakulär, aber das heißt ja nichts, es geht ja eher darum, um den Spielspaß. Und mir, ich habe zumindest mal das erste Level angefangen zu spielen, einfach um zu schauen, ob das dann auch das ist, was ich gern weiterspielen will. Und ich muss sagen, ich finde es total witzig. So, gehen wir einfach mal kurz rein. Ich gehe ganz kurz in die Option, um mal die Neugierigen unter euch zu zeigen, was man denn alles einstellen kann. Wie ihr es dann sehen könnt, von der Auflösung her, ich spiele hier mit 2-5-6-0 mal 1-4-4-0. Und ansonsten, ganz wichtig, hier die Lautstärke ein bisschen runtersetzen. Ich finde es immer so ein bisschen ätzend, wenn es zu laut ist, dann im Hintergrund. Und ansonsten hier, klar, man kann die Flügel, man kann Flatter mal einen Schnabel bewegen. Hier gerade bei der Steuerung, recht interessant, was man da alles so machen kann. Hier Flattern, Ducken, Schnattern, Schnappen und Rennen. Ich habe jetzt mal die Standardwerte so belassen. Ich denke, das kriegen wir eigentlich auch so ganz gut hin. So, gehen wir einfach mal rein, Einzelspieler wählen uns eins der Speicherzustände. Ich habe jetzt einen freien Speicherzustand genommen. Wie gesagt, Level 1 habe ich im ersten Speicherzustand schon einmal angetestet. So, da ist sie auch schon, die kleine Gans. Sieht im ersten Mal total witzig aus. Man kann die Gans ganz normal bewegen, also sie folgt dem Punkt durch die Maus. Kann sie aber mit Doppelklick natürlich auch rennen lassen. So, der Anfang ist, wie man hier schon sieht, eine kleine Tutorial. Bei Raddruck, also Mausraddruck, kann man so ein bisschen rauszoomen. Na, finde ich nicht ganz so cool. Also, ich hätte es ganz cool gefunden, hätte man das Rad bewegt, dass man da noch weiter und noch weiter rein und weiter rauszoomen könnte. Das hätte ich ganz cool gefunden eigentlich. So, klar, von der Steuerung her, man kann natürlich den Kopf nicken. Man kann die Flügel bewegen und man kann natürlich Lärm machen. So, wenn man jetzt den Schuh zum Beispiel nehmen will, dann geht man hier geduckt hin und kann jetzt mit Maus 2 die Schuhe in der Gegend rumtragen. Jetzt, am Anfang noch recht unspektakulär, aber doch witzig. Wo man jetzt hier durchlaufen will, geht es natürlich auch, indem man wieder den Kopf neigt. So. Tun wir das obere mal weg. Das hier weg. Und kommen jetzt eigentlich so ein bisschen in das Hauptspiel rein. Durchs Wasser. Und ab in das erste Gebiet, das uns auch gleichzeitig zu der ersten Aufgabenliste bringt. Und das würde auch bedeuten, hier fängt das erste Level an. So, schauen wir uns mal kurz die erste Aufgabenliste an. Die erreichen wir über den Tabulator. Aufgaben sind hier im Level 1. In den Garten gehen, das müssten wir dann noch gleich geschafft haben. Macht den Gärtner nass. Klaue dem Gärtner seinen Schlüssel. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Wirf den Recken. Rechen in den Teich. Und mach ein Picknick. Okay. Also klar sein sollte, die Aufgaben hier am Anfang zumindest sind auch relativ einfach. Und es wird dann im Laufe der Zeit immer, immer schwieriger. Mal kurz rauszoomen. Hier ist zum Beispiel ein Garten von dem Gärtner. Ein Radio. War nicht eine Aufgabe, irgendwas mit Radio. Hier unten das Radio. Muss auf die Picknickdecke. So, kommen wir an das Radio an? Ja, natürlich. Das ist ja... Vielleicht können wir das kaputt machen, indem wir das Wasser geben. Sehr gut. Eine Picknickdecke. Da legen wir das hin. Schauen wir kurz rein und sehen hier unten Radio. Was könnten noch alles auf die Picknickdecke? Sandwichen, Apfeln, Kürbis. Hier, das nennen wir doch alles einfach mal mit und legen das bereits drauf, bevor wir auch nur ansatzweise in den Garten reingehen. Zum Gärtner. Da erwarten uns ja weitere Aufgaben. So, erledigen wir das kurz. Diese Aufgaben erscheinen uns ja relativ einfach. Das ist auch so ein Ordner. Man muss ja auch erstmal mit der Steuerung zurechtkommen. Ich bin irgendwie total begeistert. Irgendwie total unspektakulär so. Total grafisch einfach gemacht, aber ich finde es irgendwie total witzig. So, in den Garten reinkommen. Ah. Machen wir das mal an. Gehen wir einfach mal in den Garten rein. Einfach nur. Damit das mal erledigt ist. So, Moment kurz. Den Schlüssel. Ich wusste doch, irgendwas war mit dem Schlüssel. Also wir müssen den Schlüssel an seiner Hose klauen. Und den Garten noch nass machen. Irgendwie von hinten an ihn ran. Der bleibt halt nicht stehen, der Junge. Okay. Das haben wir erledigt. In nass machen müssen wir noch. Das heißt, er muss hier irgendwo hin. Dann nehmen wir da mal was raus. Legen es da drüben hin. Das hebt er nachher auf. Dann können wir ihn nass machen. So. Müsste schon reichen eigentlich. Gut. So. Nächste Aufgabe. Wirft den Rechen in den Teich. Das ist doch auch etwas, was wir eigentlich erledigen können. Der macht jetzt gleich das Wasser wieder zu. Da weiß ich natürlich nicht, wo er hingeht. Brauchen wir die eigentlich? Thermos keine brauchen wir. Ui. Vielleicht reagiert er auf das Wasser und lässt uns dann entwohlen. Ja. Okay, er hat uns nicht bemerkt. Das ist schon mal gut. Denn ansonsten würde er uns verfolgen und uns das Ding wieder wegnehmen. Wichtig ist noch, er darf nicht das Picknick. Die Picknick-Decke eher finden. Ansonsten. Ja, 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 ja. Ah, das ist der Rechen. Wir gehen mal hinten rum. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich ziehe? Ich ziehe den Eifer da nach hinten. Einfach nur, weil wir es können. So. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Okay, ich denke, das wird ein bisschen trickier. Wir müssen den Hut von ihm zumindest mal abnehmen. Und er darf den Hut natürlich nicht mehr irgendwie auf dem Boden wieder leicht aufheben können. Denn ansonsten. Vielleicht können wir diese Pflanze da rausziehen. Um sie wieder einzupflanzen. Ah, das brauchen wir noch. Machen wir mal kurz, während der noch ein bisschen rumturnt da hinten im Garten. Erledigen wir das kurz. Kürbis, Karotte und der Korb. Ah, den Korb können wir gleich holen. War das nicht der hier? So. Kürbis und Karotte noch. Okay. Jetzt. Na. Ah, gut. Du sollst noch nicht. Ich muss doch vor dich. Ja. Jetzt komm her. Wichtig ist... Mist. Wichtig ist, dass er uns natürlich den jetzt nicht abnimmt. Wir müssen den nämlich jetzt irgendwie... den setzt er immer wieder auf. Das heißt, wir müssen mit dem irgendwie ins Wasser oder ihn. so. Der Hut wird jetzt richtig weit weg gebracht, damit er gar keine Chance mehr hat. an den auch ansatzweise ranzukommen. Dann wird er so verzweifelt sein, dass er den Sonnenhut nimmt. Ah, sehr gut. Hat funktioniert. So, eine Karotte und einen Kürbis müssen wir noch schnappen. So, die Karotte machen wir kurz. Das Einfachere, der Kürbis ist nämlich relativ groß. Dadurch sind wir auch langsam. So, zweitens. Die Picknick-Decke ist komplett mit Materialien voll. Das passt soweit auch. Jetzt den Gärtner dazu zu bringen, sich auf den Daumen zu schlagen. Mit dem Hammer. Ist aber eine Zusatzaufgabe. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein. Aber, hier ist der Hammer, hier ist ein Schild. das hat er aber noch nicht bemerkt. Das müssen wir jetzt so ein bisschen in seine Richtung ziehen, damit er das schnell merkt. Jetzt wird das hoffentlich gleich versuchen, wieder aufzustellen und dann schlagen wir zu. Genau. Dann möchte ich einen Moment abwarten. Ja, 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 ja. Ich wollte dich nicht stören. Ich bin zu nah hingegangen. Haha. Okay. ähm, die ersten Aufgaben haben wir erledigt. War relativ einfach, war nicht. War jetzt nicht so schwer. Und dann gehen wir einfach in den weiteren Bereich. Ich denke, diese Tür ist automatisch die Öffnung zu einem weiteren Bereich, wo wir dann weitere Aufgaben erlegen müssen. Jawohl. Also wenn unter dem Tabulator das nächste Aufgabenblatt auftaucht, sind wir automatisch im weiteren Level. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier kurze Pause und starten dann gleich das Level 2.